Tugend Gruppe 1 Freude, Genuss, Befriedigung, Adjektiv. Ich habe ja schon viele Vorträge gegeben über verschiedenste Tugenden und dazu gehören dann auch verschiedene Adjektive. Und man kann die verschiedenen Tugenden und positive Eigenschaften des Menschen einteilen auf verschiedene Weisen. Und ich habe daraus eben Tugendgruppen gemacht. Und so gibt es diese als Substantiv und als Adjektiv. Freudig, genussvoll, befriedigend, lächelnd, lachend, selig, glückselig, glücklich. All das sind Begriffe, die zur Tugendgruppe 1 Freude, Genuss und Befriedigung gehören.